jetzt gut dazwischen weg ist der ball koman gorecka ist es sani das hätte gefährlich werden können und da ist der ball wieder weg lewandowski gute grätsche sie haben den ball sieht einfach aus aber ist einfach technisch extrem stark richard lison der geht nicht rein jetzt vielleicht weiter geht es mit einem einwurf da sind hier alle begeistert was für eine parade super wie er den rausfischt so wird das nix mit dem tor der toy der sah ecke wird kurz ausgeführt richard lison keine gute hereingabe ballverlust gibt eine ecke für real sie wechseln und szenen applaus gibt es da keinen budget denn das war heute eine diskrete leistung sehe ich auch so immer wieder kleine unaufmerksamkeiten die kannst du dir in so einem spiel nicht erlaubt ball wird abgeblockt weil geht an den langen posten sie haben diese partie jetzt doch mehr oder weniger im griff sieht im moment gut aus und das vorgibt natürlich zusätzlich selbstvertrauen hier steht es 2 zu 0 sieht alles ziemlich gut aus aktuell kante geht in der gestad zwischen und mit dem 3 zu 0 sorgen sie hier für klare verhältnisse kante geht in der gestad zwischen aber neuer ist aus der distanz das war nicht einfach es war kein gutes spiel leute konsequenz ist und diese auswechslung ja war nicht zu übersehen dann eigentlich nie richtig reingefunden in dieses spiel das sah gut aus klasse dieser wolle tolle schusstechnik am ende klappt gute ball erhoberung hier sie spielen steil gefährlich so viel können wir zu diesem zeitpunkt wohl festhalten die partie ist so gut wie gelaufen und er geht am gegenspieler vorbei kein eckball hier sondern einwurf richtig entschieden auch wenn es klappt kommt jetzt die flanke da sind sie immer noch sehr gefährlich achtung jetzt sehr dribbelt stark da sehen wir es wieder einwurf geben kommt nicht mehr ran an diesen passen die fans haben sich das heute auf jeden fall alles vorgestellt ja wolf das ist schockstarre hier im moment selten dass es so leise ist kurzer blick zur uhr viertelstündchen haben wir noch beide wollen natürlich diesen ball ball gewinnen gefährliche position da ist er da guter zweikampf er hat den ball mbappé da setzt er sich gut durch riesen chance mbappé ja ja ohne große mühe der ball abgefangen phil foden kante geht dazwischen und jetzt sind noch acht minuten zu spielen das ist der dave die fahne abseits knappes links sie wechseln und zehn applaus gibt es da keinen wo steht denn das war heute eine eher diskrete leistung sehe ich auch so immer wieder kleine unaufmerksamkeit die kannst du dir in so einem spiel nicht erlauben ballverlust wanderers da lässt er den gegner aussteigen guter versuch aber der torwart kann parieren da viele sind bisher ja nicht gelungen aber das macht er gut situation geht weiter immer noch gefährlich er hat geblockt raffinja ball ist unterwegs ganz bittere nummer mittlerweile jetzt steht es 5 zu 0 käme ich hier kommt die nachspielzeit zwei minuten gibt es jetzt können sie konnte guter guter ball wird hier erstmal gebläht schluss damit ist dieses spiel also zu ende die die 3. 4. 4. 4. 5. 6. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 11. 11. 12. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 18. 20. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Nee, ja. Vielen Dank. 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 Hey Alfa, da muss ich lange warten! Hehehe! Tja! Nee, nee! Nee, nee! Hmm... Schwierig... Aber was ist die Anstrengung? Du blöde Looow! Du blöde Looow! Was hast du denn gemacht? Was hast du denn gemacht? Ah, Mann! Nein, nein! Ich bin mir ein neues Team gebaut, aber ich weiß nicht wie! Hm... Hm... Was haben wir? Ah... Hahaha... Hehehe... Ich bin ein neues Team! 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 Ja 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 Ponsymo 3G 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 Das ist doch teuer, zu teuer. Das ZM hätte natürlich am liebsten... Das ist der Chuameni. Der sieht echt noch gut aus. Der sieht echt noch gut aus. Super duper. Camavinga. Der ist etwas zu low für den Geschmack. Chuameni. Rechtsmittelfeld hat es nur gehört. Rf, 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 Rf. Scream? Was? Ah, ok, geil. Auch kostet sicher. Aber die C ist geil. Das wäre etwas, das ich mir vielleicht sogar kaufen würde. Je nachdem. Wenn ich mir Geld ausgeben würde. Was? 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 Oh, ein Mann. Ich habe das. Ein Mann, das ist. Was? Ah! Er war so stückig. Ja, war andere Gott. Jetzt wird es Sven. Hoho! Jetzt wird es verstanden. Nicht ok. Aber was ist es für ein Verein? Ich habe noch nie von dem gehört. Ich muss ja schauen, ob sie in den sieben rote Karten bekommen. Was ist denn da los? In der roma ist es gar nicht so schlecht. Bootsheim hat ein Hattrick gemacht. Berg, Solbacken, Pellegrino. Das ist auch irgendetwas Skandinavisches. In Norwegen ist es ok. 6-1, was ist das? What the fuck? Ich bin ein Hattrick komplett. Okay. Oh, das ist das. Ich mach sie doch nicht fertig, weil sie nicht so gut sind wie hier. Du blöder Wichser. Gut, ist morgen Freitag. Ich mach einfach nicht mehr. Geht schon, aber ich mag einfach nicht. Ich schauze ich. Das ist ein Räuberer. Und doch der Bonzeman! Bonzeman! Nein! Gott sei Dank! Player of the Month League 1 Von Farmer Navel Fekir ist noch für 1 Tage 22 Stunden Und Kari ist noch für 19 Stunden Hoppla Nun Das war die Sitzung Teufel Ja, okay. Warum fängt die? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZH, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.